Der Bewerbertag dient dazu, den Schülern und Schülerinnen, die noch keine Vorstellung haben von der Bewerbung, zu erklären, wie muss eine Bewerbung fürs Dualstudium aussehen. Und da gehört nicht nur die klassische schriftliche Bewerbung dazu, sondern auch der gesamte Bewerbungsprozess. Also von dem Anzeigelesen bis hin zum Vorstellungsgespräch üben wir heute alles. Die Schülerinnen und Schüler sollen bei uns vor allem die Ängste vor dem Bewerbungsprozess verlieren und deswegen können sie Bewerbungsgespräche üben, Assessment Center üben. Dann können sie zum Bewerbungsmappencheck, da wird auch ein Foto gemacht für die Bewerbungsmappe und es gibt ein Unternehmensforum, wo sich Unternehmen vorstellen können und sie so einen Eindruck davon bekommen, welches Unternehmen könnte für sie interessant sein. Der wesentliche Vorteil des Bewerbertags ist, dass unsere Partnerunternehmen hier wirklich auch suchende Schüler, die sich auch schon entschieden haben, duales Studium absolvieren zu wollen, treffen. Und deswegen kommen unsere Unternehmen jedes Jahr wieder und haben auch jedes Jahr Interesse, hier die Workshops zu begleiten, weil sie dann die Schüler auch sehr intensiv kennenlernen. Der Bewerbertag findet dieses Jahr zum 13. Mal schon statt. Der ist also definitiv eine feste Instanz bei uns. Die Kinder hat nach. Der ist auch ein Foto. Der ist auch ein Foto. Der ist auch ein Foto. – Das ist auch ein Foto. Ich hoffe, dass sie in